Huch, irgendwie sehen Prinz William und seine Kate so anders aus. Moment mal, das sind ja gar nicht die echten Royals. Nein, hier sehen wir ihre Film-Doppelgänger, die Schauspieler Jordan Whalen und Laura Mitchell. Im Film Harry und Meghan Escaping the Palace, der im September im US-amerikanischen TV läuft, wird der Konflikt von Williams jüngerem Bruder Harry und seiner Ehefrau Meghan mit dem britischen Königshaus erzählt. Natürlich beruht die Geschichte auf wahren Tatsachen, zum großen Teil entspricht die Handlung aber der Vorstellung der Produzenten. Gleiches scheint für die schauspielerische Besetzung zu gelten. Die sieht leider nach einem ganz schönen Fehlgriff aus. Während Harry mit Schauspieler Jordan Dean noch Glück hat und mit einer vollen Haarpracht gesegnet ist, kommt William gar nicht gut weg. Sein Double Jordan Whalen ist nämlich völlig haarlos, dabei trägt der echte William eigentlich keine Glatze, zumindest noch nicht. Einige Parallelen gibt es aber dennoch, die uns zumindest auf den ersten Blick täuschen. Vor allem der Look von Harry und Meghan aus dem Skandal-Interview mit Talkshow-Legende Oprah Winfrey sieht dem Original sehr ähnlich. Zumindest Harrys Haarpracht tut das kleine Hollywood-Lifting ausgesprochen gut.